Jo, fetz ab den Hobel. Alles klar, Hallöchen und Herzen kommt zurück zu Let's Play Super Mario 64 Together, äh, Part Nummer 11. Mit Lachsi, hi, und du musst die Maus wieder wegziehen? Ja, das ist ja nur du. So, was muss ich machen? Bringe lichten die Pyramide oder die acht roten Münzen? Gut. Ähm, ja, das hat ja das Lachsi beim letzten Mal schon verkackt. Also nicht verkackt. Ähm, okay. Ja, mach gleich bumm. Lässt ihn wieder frei, ja? Ja, ich wollte ihn eigentlich auf das Dingsbums schicken, aber irgendwie... Och, shit. Ja, wir sind schon wieder mit Akrobatik um sich geworfen. Och, Mario, ernsthaft, du kriegst keine Lasagne mehr. Oh, nee, oder? Ist das nicht gar viel mit der... Ja, auch, aber... Lasagne halt. Schön. So, jetzt ist die acht roten Münzen. Wo haben wir sie denn? Weil die Profis holen die acht roten Münzen übrigens mit dem Cooper Shell. Auf jeden Fall. Aber ich bin ja kein Profi. Ich bin ja ein... Ich bin ja ein verkackt Profi. Ein Kackfie? Mario, nein! Oi, 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 oi. Ruhig, braun. Boah. Voll verkackt, ey. Schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Boah. Boah. Aber gerade auch so Treibstoffe. Boah. Boah. Mario, ernsthaft. Er ist heute irgendwie ein bisschen zittelig, der Mann. Boah. Boah. So, hier. Wenn du jemanden angrabschen willst, dann geh zu Peach, aber bleib weg von mir. Scheiß Geier. Boah. Boah. Boah, gerade so noch gekriegt. Hitbox, sei Dank. So, kriegt der Mann immer eine Abkühlung. Pass auf, der Gauner, der lauert nicht. Ja, ich weiß, der lauert da schon. Der will aber hier richtig... Bauder. Träger. Ist gerade noch einmal. Du hast die Mütze noch? Ja, ja, ich hab' dem halt... Ja, ja, ich hab' dem halt... Irgendwie im Rückwärtsgang noch eine verpasst. Das war knapp, ich hab' den Mario eigentlich schon flachliegen sehen. War Vorfahrt, ja. Warte mal, da drüben war keine rote Münze, ne? Nö, nur die Kanone. Aber in der einen, in der einen Konfliktbox... Nö, ich weiß. Oh, ja, das kommt gut. Super. Wie abgedrückt, äh. Oh, Mario, ernsthaft? Lümmel. Äh. Du Stümpertrümpfer. So, jetzt aber. Hast du die rote Münze ganz am Anfang hinten? Nö, die hab' ich vergessen. Stimmt. Wenn man nicht aufpasst, ne? Das stimmt, ja. Wow. Da geht's ja abwärts. Abwärts geht's. Abwärts. Ich mit meinem auch so tollen, nachgemachten N64 Controller... Möchtest du denn? Ja, nachgemacht. Ist halt hier so ein USB-Gedöns. Im geklomten Layout. Weißt du doch, hast du diese Dinger alle... Die Screenshots alle gekriegt. Deswegen ist auch der Analogstick halt eher so... mehr sperrig als... Also... Also... Gerade beim Analogstick muss es passen. Oh, was hat denn da Bomben gemacht, ey? So, dieser Bom-Bom. Geht'n jetzt noch? Ähm... Im Flug fehlen noch ein paar rote. Na komm! Und, und, und? Nooooch! Ernsthaft?! Ey, du, ehlendes Rattenvieh! Komm her, Shy Guy! Nitte Dörme, arschlecken bist du das! Scheißgeil! Shy Guy und... Ist Shy Guy auch weiblich? Ich weiß es nicht. Gumba auf jeden Fall, das weiß ich. Echt?! Ja! Gumba ist weiblich. Auch für die Leute hier, auch Paper Mario... ähm, da war Goomba halt auch weiblich. Eine Studentin von Prof. Also da gab's halt auch Goomba in verschiedenen Variationen. Aber ähm, in Dingsbums, in Mario Party ist Goomba weiblich. Pass auf, der schießt ganz gefährlich. Naja, ich weiß. Das ist ein Dreck. Viel Schwung. Boah, wer ist jetzt auf die Ecke geknallt, abgeprallt und dann in den Treibsand. Ich hätte gelacht. Wishes gemacht. Oh, der arme Kerl. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall. Hier. Alle gegrüßt. Major, Wishes, Slagsy, Maxi, Schlagsy, Plagsy, Grafi, Marfi, Trafi, Mario, Peach, Peach, Bitch, Tritsch, Mitch. Alle. Alle. Das sind auch für dich. Oh, super. Er hat ihn. Geil. Boah. Timer vergessen. Ja, egal. OBS macht's so dramatisch. Das ist halt das Vorteil. Er vergesst immer den Timer. Immer. Das stimmt. Das geht aber auch bei sowas schnell unter, ne? Ja. So, bringe lichten die Pyramide. Wie bringe ich denn? Ah, jetzt weiß ich, weiß es. Okay, okay, okay. Weißt du? Ja, ja, lichten die Pyramide, bringst du in dem du mit diesen Lümmeln hier rumeierst. Äh, genau. Knapp. Aber das ist so prädiktisch. Abgemist. Ihr habt keine Ahnung, ob man da die Arschbombe machen muss, oder ob man da einfach nur drüber rennen muss. Ach, nee, warte mal. Ich glaub, das geht erst, wenn du hier oben den Stern geholt hast. Nee, 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 warte schon richtig. Sicher? Nicht erst den Stern? Bevor die Spitze sich anhebt. Bevor die Spitze sich anhebt. Jetzt werden wir es nie wieder erfahren. Oh. Oh. Schneiden wir raus. Das stimmt. Nee, bringe lichten die Pyramide. Das war der richtige Stern. Ist ja beschiss. Was ist denn dann? Den Deckel wegspringen? Ein Deckel wegspringen? Da musst du diesen, ähm, Land auf allen vier Säulen. Und dann kommst du zu. Okay. Die Vorlage war jetzt gut. Dreck. Boing. Oh, 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 oh. Oh, Mario. Gut. Hä? Ich hab, hinterfrag es einfach nicht. Nehme es, wie es ist. Gitter? Uiuiui. Aber geht. Also ich bin dafür, du machst die vier Säulen jetzt mit dem Moppet. Mit dem Moppet? Ja, mit dem Moppet. Das wird spannend. Genau. Moppet und Flügel, oh Gott. Yeah. Wenn schon, denn schon. Schön. Zwei. Ich glaube, der... Ne, das schafft er das. War mir jetzt nicht ganz sicher. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Der war gut. Was ist das? Äh, ich bin halt irgendwie... Bist du auf B gekommen? Äh? Egal. Ich glaube, der... Ich glaube, ich muss echt wirklich die Arschbombe machen. So, jetzt ist die Mütze gleich weg. Naja, noch blinkt sie nicht. Jetzt habe ich es gebackt und die Mütze bleibt für ewig. Nein! Oh nein! Nein! Dreck! Aber... Ach! Aber die erste Säule wurde quasi... Ach, da platzt hier doch. Der linke Hoden, ey. Wo ist der Control? Dann habe ich den Jägel geklappt. Hat man es gehört? Hoffentlich nicht. Mann, echter Wishes. Och, Mann, ey. Und ich muss neu machen. Ey! Nee! Weißt du? Dein Spiel. Och. Uiuiuiui. Ich wette, mir die ist, hat die meisten Likes, ey. Selbst die Hater freuen sich. Oh, der Graf regt sich auf. Das muss mir gefallen. Das muss mir gefallen. Äh. So, jetzt aber. Traditionell. Mit dem Arsch. Nein, Mann! Von mir aus. Von mir aus. Aber Hauptsache hier drauf. Uuuh. Er auch noch. Ja. Jetzt geht es dir richtig. Jetzt wollen sie aber hier. Jetzt ist Polen offen. Auf jeden Fall, ey. Jetzt machst du den Südpol zur Wüste. Ist ja auf dem besten Weg dahin. Ja. Und. Bumi. So, jetzt aber ein Rutsch. Und wehe, es zählt nicht. Dann. Ah. Gut. Und Konflikt. Lecker. Ja. Jetzt musst du die Hände besiegen. Ja, die Hände gehen ja noch. Ist eigentlich doof, weißt du. Jetzt musst du sowieso nach unten fahren. Da kannst du auch gleich irgendwie. Hätten sie auch gleich, ne? Ach nee, stimmt. Nee, nee. Geht. Das. Ich weiß nicht, ob man das hinkriegt. Das geht. Ähm. Ich glaube, das Ding hält nämlich hier. Und dann musst du in dieses Loch. Und vielleicht kriegen das die Speedrunner hin. Aber nicht ich. Das kriegen die. Stimmt. Ähm. Mario? Hallo? Hallo? Danke. Kann man? Kann man? Ähm. Ähm. Ja. Kamera. Hallo? Wieder der größte Feind. Schütze, Grabräuber. Wer mag das? Ich bin Sarah Croft. Top Rider Bitch. Was sieht's aus? Warte mal, ich hab keine Ahnung, wie ich den besiegen muss. Gib den Dolch vom Xie her. Ui, was? Aufs Auge. Nooooh. Oh, meine Truffenzimmer. Ich hab doch Trau. Alter, mach's doch noch unfair. Yeah. Ich hab so auf B gedrückt. Nee, ich mach's das super. Bist ein Supermasseur. Mach's das. Ja. Kannst du mal die Beine entlang fahren und den Bobbis runterrutschen. Ui. Ui. Kein Wishes. Boah. Boah, 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 boah. Super. Ja, gerade so. Boah, du elender Lümmel-Lurch. Jetzt aber, Lüchi, der Lüch. Oh, Mann, da hätte ich auch mal schlachsen können, aber nein. Ich seh dich, ich seh dich. Ja, ich bin besiegt. Wir sind besiegt. Du hast den Fluch des Pfarrers gebraucht. Jetzt finden wir unseren verdienten Frieden. Ja, totaler Quatsch. Weißt du, was ist voll verdient, ne? Ja, muss erst, äh, Dingsbums, muss erst, äh, muss erst auf die Fresse kriegen, dass du halt, wo ist es so typisch. Das ist doch kein Fluch. Denk dir einfach, mhm. Weißt du, das ist so typisch, so. Ich bewache etwas, dass du das Ding nicht klaust, wenn es den klaust, ist der Fluch gebrochen und ich hab Ruhe. Da würde ich mich einfach zurücklehnen, würde sagen, ja, bin verflucht, muss hier rumeiern, nimm das Ding mit, dann ist alles gut. So, was muss ich jetzt machen? Wahrscheinlich nix. Ach, die, die fünf Münzen, ne? Löse das Pyrami. Ach so, diese fünf Geheimdinger da. So, gut, dann machen wir das auch noch schnell. Die Betonung liegt auch schnell. Ja, hat natürlich nicht geklappt. Oh, Mann, da kriegst du doch einen Krampf, ey. Ey, hier. Und Shy Guy ist natürlich weg. Shy Guy, den hat's verrissen, glaub ich. Der hat sich mit dem... Och, nee. Anlauf von Männern. Ja, auf jeden Fall. Alter, jetzt kriegst du echt nicht hin, ey. Ich hab das Spiel... Ich hab das... Ich hab das... Oh Gott. Level gehasst. Als Kind. Ja, ich hab das Spiel als Kind nie durchgespielt. Wegen diesem Level. Ähm, hallo? Was ist mit dem, ey? Hallo? Komm aus dem Keller nach oben. Lass mich bitte raus. Nein, du musst im Keller Kartoffeln schälen. Ich hab aber vor, du bist im Wohnzimmer am Zocken und von unten kommt ein Gesicht hoch durch die Decke. Soll ich auch mal von unten? Hallo? Hi. Was machst du denn da? Ey, ich hab einen fetten Haufen gelegt. So, das machst du, glaub ich, am besten von oben. So, jetzt wollen wir uns... Jetzt will ich mich mal konzentrieren. Ja, mach. Das Lackzie labert und ich konzentriere mich. Jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Schon mal verframmt. Oh, 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 oh. Ich hab hab gesagt, ich mach das von oben. Hol dein Skill raus. Ja, vielleicht auch nicht. Was hättest du denn jetzt sagen dürfen? Na, der Joystick dreht den Mario nicht so ganz, wie ich will. Ich hab's gewusst. Das Ding hat dich tatsächlich getroffen. Ich hab doch gesagt, ich krieg das hin. Phänomenal. Ah, eh, 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 eh. So, war natürlich predicted. Obwohl die Energie haben. Muss ich A gedrückt halten? Lässt ja los, wenn ich A gedrückt habe. Ja, tatsächlich. Ei, 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 was? Oh, Mann. Kamera wieder. Das wär so schön geworden. Das wär wunderbar. Ich war noch mal ganz gut drin. Aber nicht mit... So, dann würd ich mal nämlich hier oben mal ein bisschen schlau gucken. Mit der Bruder hier. Und platt. Ja. Komm noch mal raus. Da wird noch mal gedreht. Ey, weißt du? So ne Zigarette am Straßenrand ausgedrückt mit dem Schuh. Fall nicht. Ich hab's gewusst. Oi, 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 oi. Alter. Soviel zum Thema Kraft. Konzentriert sich. Macht's mal eine Pfanne. Ich mein, du hättest ja auch jederzeit mal runterfliegen können. Aber nein, du wartest, bis du ganz oben bist. Das ist weg. Dreh dich, Mario. Was soll das denn? Kommt von irgendwo eine Fliege angeschissen und bringt dich um. Och, nee. Also wirklich, Mario hat's heute echt nicht mit mir. Ich glaub, wir sind wieder auf dem Planeten Namek gelandet. Ja, wahrscheinlich. So, Goku schreit noch. Früher ist schon, stirbt an Altersschwäche. Ja. Unser Goku hat nen Bart. Papa, guck mal, das ist deine Enkelin. Hame. Papa, ich hab meinen Schulabschluss gemacht. Kaaame. Haha. Oh, guck mal, jetzt mal. Schuss. Danke. Och, nee. Jawohl, 10 out of 10. Hahaha. Das ist ein Blatt-Drucken-S- Puh. Ah, vergiss es. Hey, Gumba, Mumba. Mumba, Gumba, Gumba-Gumpe-Gumpe-Di-Gumpe. Eieiei. Erstmal nen Schluck schlabbern. Schluck aus der Pulle. Keine Angst, diesmal nur Cola. Ich mach's langsam. Geben auch für Miete. Ich werd jetzt in nem Privatspiel-Stand ganz viel Mabel üben und bei der nächsten Aufnahme-Session hier fett durchrocken. Langsam kommen die ekelhaften Label in den Spiel hier. Jupp. Na, komm schon. So. Ja. Nein, 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 nein. Ey, weißt du? Oh, Mann. Was soll das denn, Mario? Schwörst du, du kleine Kanarienratte, du dreckiger Bastard. Du kriegst ne Schildkröten-Suppe aus Turtles. Hä? Ja, keine Ahnung. Heute, heute, keine Ahnung. Kannst du abend dir abend Turtles damit? Michelangelo am Spieß. Mittelalterlo. So. Kame. Weißt du? Mr. Quittil mit Trash-Lick. Das war doch die Katze. Genau. Jetzt diese ganzen Nekuli-Para. Aber, oh, er würde Katzen schaschtig essen. Natürlich nicht. Nur im äußersten Notfall, wenn ich kurz vorhin verungere. Luca. Mehr oder weniger. Hat er nicht gesagt. Doch, mehr oder weniger. Krass. Also, wie gesagt. So eine Katze auch nicht. Ja, hast du dir wohl gedacht hier. Der Kraft, der... Ich wollte jetzt sagen, kriegt langsam Skill. Eiuu. Aber, das sag ich erst, wenn ich fertig bin. Werden wir eine weitere Folgeaufnahme verbringen? Ja oder nein? Was willst du denn? Scheiß. Schocker. Mocker. Ganz ruhig. Ruhig auch mal Blatt machen lassen. Kein Problem. Hauptsache, wir kommen über diesen kleinen Steg da. Ich muss ja auch wieder Stunts des Todes machen. Easy. Ja, wenn schon, denn schon. Easy. Easy. Achtung, jetzt springt er an der Münze drauf. Das ist eigentlich ein Sandfall. Stopp. Leute, jetzt geht's um die... Wurst. Oh Gott, ich weiß was. Oh. Ah. Okay. Oh. Oh, Kamera, was soll das? Warum kannst du dich nicht drehen? Ja, das ist so schlimm. Oh, Kamera, du kriegst mir gerade so auf den Sack, ey. Leute, wir werden es doch wohl nicht noch packen, oder? Wir werden es wohl nicht noch schaffen. Doch. Ja, jetzt muss ich erst mal den Stern treffen. Oh. Oh Gott. Oh. 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 Boah. Das war eine Geburt. Alter. Das war ein Stachelbaby aus dem Arsch, ey. Mit Stachelbären am Rand. Sehr gut. Oh, wie lange haben wir denn auf? Gleich beim ersten Versuch. 22. Haben wir es jetzt endlich fertig? Yes. Geil. Oh. Leute, ich mache Schluss hier. Es... Ich muss jetzt mal... Keinlich mit der Welt. Und runter mit der Nerv. Wir machen heute auf jeden Fall noch mal weiter. Aber ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen Wasser ins Gesicht hauen. Leute, macht's gut. Wir sehen uns. Tschüdelü. Sashi, Slagsi, raus. Tschüss.